Ich schieße alles. Mein Kopf! Oh, dein Arm, Saulo. Dieses Zielverschwein. Yey. Hauptsache, ich gewinnen. Oh, du bist so. Oh, du bist so. Hey, du bist so. Oh, du bist so. Oh, du bist so. Hey, wie ist das? Oh, da. Was? Was ist das? So was? Ja, verpeilt. Kann nur nicht mehr die Kugelsen rausnehmen. Oh, scheiße. Was ist das hier? Ah, Alter, was the fuck? So verpeilt. Scheiß gute. Wow, wow, wow. Warteượbe. Oh, das ist Herausforderung. Wir sehen uns nicht davon. Oh Lord. Ah, dieser Glätter Lance siempre abschaut. Woh, woh, woh! Irgendwas, das. Nein, 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 nein jawohl, ey, ich hab's doch geschafft Denn an dieser stelle bin ich dauernd ... ach, war's... Awww, dirte quiet Yea, hau convers bole Das... So, das ist jetzt hier. Nein! Nein, 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 nein! Oh, ich bin voll trocken. Ich muss einfach... Nein, nein! 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 Lecken! Stopp am Arsch! Ach, Alter! Ernsthaft, das war echt scheiße. Und froh, und froh, und froh, da! Fragt jetzt nicht, warum ich das nicht mache. Oh, 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 nein! Alter, aber ernsthaft, das ist echt unverwürdig. Immer dasselbe! Herrlich. Ich sagte, wow, 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 aber... Unabrächtig, wie sieht es hier aus? Ach, ganz gut, ganz gut. Oh, was ist das denn? Ach doch, 2! Ich habe ja auch nicht gefehlt. Nein! Woh, woh, woh. Oh nein. Ja, und? Das ist doch nur, ich will gewinnen. Ich will allerbeste sein. Keine Vorliefer. Das allein fange ich sie in dir. Ich höre die Gefahr. Keine Ahnung. Pokémon. Lappe. Ok. Ich laber in letzter Zeit zu viel Bullshit, ganz ehrlich. Nein, 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 nein. Nicht gegen die Wand, nicht gegen die Wand, nicht gegen die Wand, nein. Scheiß Geld. Das war so ironisch, ganz ehrlich. Das ist wieder ein bisschen. Nein, schon wieder. Mann, ich werde es nie hier, ganz ehrlich. Nein. Nein. Das bin ich ein schlechter Fahrer. Ah ja, da gibt es so drüben Abflöten wie ich kann. Wo, wo, wo. Ich sage zu viel wo, wo. Das ist etwas verfallen. Ich zeize die Ecke, ich könnte viel weiter in dir. Ha, geht er. Das ist leider Grboat, nur für mich. G楽imer die vielleicht nicht schütteln. Alter, muss das sein. Scheiße, der Ex. Alter, oder treck doch. Was ist das? Bitte, nicht den Geist auf. Sorry, Peter D. Ah, wir haben nicht mehr richtig gesehen. Alter, der Kofferraum. Ist irgendwie auch ein bisschen... ...wischig. ...wischig. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Ja. Hey! Hey! Komm, los geht's! Boah! Ey, nein, bitte. Ich hoffe, ich... ...wischig. ...wischig. Ja! Hallo! Ey, Alter! Ja! Am Ziel gleich! Ich habe jetzt saugen, dass das jetzt wird! So, reingehen! Ja! Wow, wow, wow! Oh, ich bin jetzt Kaiserpalast oder ich bin jetzt hier auf dem Kopf, die auf dem Kopf werden. Yeaaahhhh. I am Mr. Pagapit, all of us. Du gewinnst Tokio GX, oder wie der Name auch immer heißt. Oder wie da auch was gesprochen wird. So, was hat der Arschclown zu sagen? Oder der Pädophil? Bin gespannt. Tja, und dieser nette Mann, oder der SAFO genannt wird, ist der Weltchampion. Wow. Wir haben alle drei Städte durchgefahren. Jeden dieser Städte hat einen Champion, also ein Stadt-Champion. Und ja, jetzt kommt derjenige, der alle Städte beherrschen kann und von dem er der Welt-Champion ist. Ja, und wir hören dir zu, SAFO. 5, 4, 3, 2, 1, go. Ey, ist okay. Nein, nein, nein. Ja, ich weiß, ich kann nie zu sein, das ist jetzt so ein Städte verbrannt. Oh, come on, that's the spirit. Oh, come on, come on, come on. Yeah, über das Auto. Sim. Sim. Yeah. Ich mach mir eher ein bisschen Sorgen. Oh, hey. Ja, aber die Legs nicht. Ja, ich mach das. Boah, ich hab jetzt voll den Adrenalinschut. Ich bin jetzt gerade den letzten Gewinner. Als gegen den letzten Gewinner spiele ich jetzt. Aber wie gesagt, das ist ja noch nicht alles. Jetzt erwartet uns eine ganze Menge so zu schauen. Ja, das ist ja noch nicht alles. Naja, das geht zwar wieder nach. Hey, das war doch gut. Bis jetzt. Nein. Oh, das tut ja die ganze Zeit so. Ich muss mal. Nein. Nein. Oh, Gott. Oh, Gott. Nein, keine Next, bitte. Ich bereite dich nicht ausgleichend jetzt. Aha. Nein, 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 bitte nicht übersteuern. Was ist das langweilig? Hau auf mit deinen scheiß Kommentaren, keiner will sie nicht wissen. Come on, come on, ja, ja, ich weiß. Ich darf nicht zu weitersagen, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich fahre mal kurz entlang, ich muss das cheaten, ich muss das gleiche. Diese Leute, ich muss das fortführen. Ah, komm bitte, 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 bitte. Wow, alter. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich glaube das meiste Satz-Wort, das ich benutze, ist, ich weiß. Es sind eigentlich zwei Leute, um mehr Satz-Wischenzahlen. Das ist der meiste Satz. Die sind aber meist fix. Nice. Und die haben wir. Oh, okay. Ja, da, schluss. Ah, schon wieder ich weiß. So, einmal die Kurve rüberwinden. Hey. Hey. Hey, küsst dich so auf, ne? Auch für. Ist das nicht? Alter, mein Bein zittert. Verdammt. Verdammt. Ich hab zu viel Kohler gesagt. Also die Kurve natürlich. Ja, Mann. Super Geschwindigkeit. Wir sind gleich zu verdammt. Wir sind gleich zu verdammt. Und das ist jetzt zu verdammt. Wow. Alter. Alter. Also ganz dort, ich hab echt gar keine Lust gegen den Pfeiler dran zu knallen. Und gerade von oben. Wow. Alter. Heute hab ich echt raus, wo es geht. Was das Fahren angeht. Wow. Wow. In der Tat. Das wird schon zugegeben. Ja. Oh nein. Nicht diese verfügte Stelle. Nicht diese verfügte Stelle. Nicht diese verfügte Stelle. Oh nein. Oh nein. Ja, 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 ja. Mega Jump Style! Dance! Wow. Alter. Das war echt schon gut gewesen. Wow. Wow. Alter. Da missbraucht mich doch nicht. Ach, an dieser Stelle kommt kein Intro. Weil ich glaube, die Hersteller haben rumgegeizt. Denk ich mal. Ja. Es geht weiter. Ach ja, übrigens. Also ich will jetzt nicht rumspoidern ein bisschen. In jedem Stadt fährt man zwei Rennen jeweils. Das heißt, wir haben jetzt schon ein Rennen durchgefahren. Also, haben wir es schon mal geschafft. Jetzt bleibt dieses eine Rennen vertreten. Und dann geht es immer weiter. Zwei, zwei. Zwei. Also es sind insgesamt zwei. 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 Aber, es ist ja gut, es ist ja gut. In manchen Fällen ist es eine Ausnahme. Okay, das... Nein, nein, es geht nicht. Let's... Alter. Das stimmt auch. Nein, nein, nein. Bam! Alter, die Hände sind mega. Ich fahre nicht gegen den Auto. Ich fahre nicht gegen den Auto. Ich fahre nicht gegen den Auto. Ja. Ich fahre nicht gegen den Auto. Ich fahre nicht gegen den Auto. Sorry to Bis zum nächsten Mal.